liebe traderinnen und trader ich bin vor ein paar tagen von einem meiner ausbildungsteilnehmer gefragt wurden du sag mal das mit dem daytrading da kann man ja wirklich richtig schnell richtig gut schönes geld verdienen aber kann ich das denn bin ich überhaupt dafür geeignet und deswegen habe ich mir gesagt sage ich einfach mal so ein paar worte aus meiner erfahrung dazu was es braucht um das daytrading ordentlich durchziehen zu können auf der einen seite und auf der anderen seite natürlich auch wie lange sowas dauern kann warum das ist ganz schnell beantwortet wir hören es ja in den mädchen wir sehen es auch an dem bild hier trading das ist easy irgendwo handy raus zack kaufen verkaufen schon den nächsten tausend auf dem konto das ist das was häufig die werbung verspricht die realität die sieht ein bisschen anders aus das wissen viele trader auch man weiß dass heutzutage trading ist gar nicht so einfach wenn man es nicht ordentlich betreibt das heißt so ein bisschen einfach nebenher als hobby nein leute das ist kein daytrading damit kommt man auch nicht auf den grünen zweig es braucht schon etwas mehr bevor wir reingehen in die fachthemen wie immer hier der risikohinweis den bitte ich auch in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen die dinge die wir hier miteinander besprechen sollen ihnen helfen gut zu traden die richtigen informationen zu bekommen also das ganze als veranschaulichung und weiterbildung zu betrachten worum geht es heute hier an dieser stelle die agenda nummer eins große frage kann man im daytrading geld verdienen wir schauen auf trading versus investieren wir schauen auf den faktor zeit das risiko und money management wir blicken auf ein paar vorteile die für daytrader wirklich da sind ja und gebotene vorsicht wo licht ist ist auch schatten das muss man wissen und dann natürlich die richtige frage für den erfolg was ist denn wenn ich gefragt werde die frage kommt verdammt oft sag mal mike was verdienst du im trading so das ist eine gute frage ich erzähle das aber nicht warum nicht was einfach keinen was angeht und auch keinem hilft warum was hilft es ihnen denn wenn sie wissen dass ich im jahr 100 oder 200.000 euro was trading verdiene hilft ihnen das werden sie da ein besserer trader oder eine bessere traderin das heißt diese frage ist völlig verkehrt gestellt und deswegen ist es wichtig dass sie sich die richtigen fragen stellen um dann im trading ordentlich fuß zu fassen und im daytrading am ende aller tage auch durch zu starten und deswegen gehen wir erst den fragen mal auf den grund das heißt hier oben die frage ganz dick geschrieben kann man im daytrading geld verdienen klar warum soll man das nicht können trading ist ja dazu da um geld zu verdienen und es gibt halt viele trader die im reinen daytrading gutes geld verdienen aber das ist ein punkt der ist fakt das sehen sie auch bei allen fx brokern hier auch bei tickmüll risiko hinweis muss angegeben werden 81 prozent der privat anleger konnten verdienen geld das ist eine wichtige marke das muss man wissen heißt also gute 20 prozent der privat anleger konnten die sind dazu unter lage an der börse schotter zu verdienen das ist ja das warum man anfängt der großteil schafft es nicht das heißt irgendwas müssen ja die 20 prozent anders machen als die 80 prozent und das ist der fakt das ist das wo sich die spreu vom weizen trend und uns auch zeigt es geht ja wir können es schaffen genauso wie wir es geschafft haben fliegen zu lernen also jetzt nicht als mensch sondern wir haben uns einfach ein mittel gesucht zu fliegen kann man es lernen zu traden ja so wie wir heute ganz normal von a nach b fliegen kann es für sie ganz normal sein an der börse geld zu verdienen ist es für mich auch ein ganz normaler job im job ist man erfolgreich an der börse erfolgreich zu sein heißt man verdient geld punkt man muss nur wissen wie also die mehrheit der trader die geld verliert ist faktisch mit den anforderungen als trader total überfordert zumindest am anfang irgendwann wird es dann langweilig weil stupide immer das gleiche ist aber am anfang ist es echt eine schwere schwere kiste warum also was sind die gründe dafür weshalb die mehrheit der sag ich mal trader gerade zu beginn mit den anforderungen im börsenhandel überfordert ist das ist zum einen die entwicklung zur profitabilität die dauert einfach ganz ganz lange ja es ist so ähnlich wie wenn sie einen chirurgen haben der wirklich eine koryphäe auf seinem gebiet ist glauben sie da ist nach einem jahr nach so einer kleinen basis ausbildung die koryphäe geworden das dauert lange sechs sieben acht neun zehn jahre sind da keine seltenheiten in solchen berufen im trading gut da dauert es in der regel wenn man gut dabei sei es nicht sechs sieben acht neun jahre aber man braucht schon einen gewissen zeitraum vier fünf jahre muss man wirklich investieren um da zu rande zu kommen ja wie bei jedem anderen auch ein profisportler der braucht tausende von stunden um der top profi zu sein der ist und im trading da denken die anfänger zack ich setze mich jetzt mal an den pc oder noch cooler ich nehme einfach mein handy was soll ich mit dem ganzen kram hier der seidel hat vier monitore stehen so ein käse das brauche ich zum traden nicht ja natürlich es gibt leute die können anscheinend nach außen hin zeigten sie es zumindest so traden ich kann es nicht ich kenne auch persönlich keinen der so macht aber bitte probieren sie es wichtig ist am anfang denken die leute halt es ist einfach es geht ganz schnell ich trade ein bisschen und damit ist gut weit gefehlt es braucht einfach viel viel zeit verglichen werden kann das mit beispiel unserer eigenen entwicklung laufen gehen rennen ja ein baby kann nicht rennen kann nicht sprinten ein baby fängt an zu krabbeln dann fängt es an sich vorzutasten langsam zu laufen dann wird der schritt sicherer dann beginnt man schneller zu gehen man beginnt irgendwann das rennen und dann kann man irgendwann in den sprint übergehen das ist also ein aufbauender prozess das ist das eine daytrading ist ein sprint man muss sehr sehr schnell sein ja nummer eins nummer zwei trading wird man machen um geld zu verdienen man wird im trading aber in der regel nicht über nacht also im sprint zum millionär das wollen ja viele werden das heißt der weg zum millionär ist ein marathon und jetzt stellen sie sich mal die frage wenn sie laufen müssten würden sie es tatsächlich schaffen einen marathon im sprint tempo zu absolvieren also jetzt bitte orientieren sie sich nicht an den leuten die in marathon in was weiß ich zwei stunden oder sowas rennen das ist für mich auch ein sprint da würde ich komplett versagen aber was ich damit sagen will ist einfach daytrading ist ein sprint langfristig an der kapital an den kapitalmärkten geld zu verdienen ist der marathon und wer den marathon im sprint bestehen möchte der macht das auch nicht von heute auf morgen also von der seite her das braucht die zeit und die zeit ist einfach notwendig und das schöne ist wir haben ja die zeit im trading ja also wenn sie jetzt nicht erst sag ich mal so in den letzten fünf jahren ihres biologischen lebens mit dem trading anfangen haben sie in der regel noch eine menge zeit um sich auch ordentlich einzuarbeiten in das trading und stück für stück auch zu lernen der zweite grund weshalb wir gerade sag ich mal im beginner stadion aber auch im fortgeschrittenen stadion wieder probleme bekommen richtig fuß zu fassen ist ein punkt der hat so ein bisschen damit zu tun wie wir hier in deutschland leben der größte teil der menschen hier in deutschland sind angestellte so und was ist bei einem angestellten der angestellte hat einen arbeitsvertrag da steht drin du hast mir als unternehmen 40 stunden in der woche deine arbeitskraft zur verfügung zu stellen und für diese arbeitskraft kriegst du betrag x am monatsende oder mitte des monats oder wann auch immer auf dein konto überwiesen das heißt ein klassischer angestellter der geht auf arbeit der arbeitet seine 40 stunden in der woche geht nach hause und kriegt am ende vom monat ein check aufs konto überwiesen punkt das war's das heißt im kopf für den galastischen angestellten ich arbeite und krieg kohle dafür egal wie gut ich arbeite punkt naja das funktioniert an der börse nicht was glauben sie wie oft ein börsianer arbeitet und dafür kein geld kriegt das kommt öfter vor als man denkt heißt was ist der unterschied zwischen dem börsianer und den angestellten ein börsianer der da gut unterwegs ist also jemand der an den kapitalmärkten schwedet der braucht unternehmerisches denken das ist auch der grund weshalb es das kann ich jetzt aus meinen sag ich mal aus meiner zusammenarbeit im coaching und damals in der bank auch mit den unternehmerischen kunden sagen ein unternehmer der hat eine andere denkweise der geht das thema börsenhandel nicht an wie ein angestellter das heißt ich investiere zeit und kriege geld sondern der geht das unternehmen trading genauso an wie den aufbau seines eigenen unternehmens das heißt das unternehmerische denken macht einen ganz ganz großen unterschied aus das heißt der unternehmer der arbeitet nicht seine stunden ab um am ende geld zu bekommen sondern der arbeitet stück für stück projekte ab und diese projekte die werden dann geld bringen über die lange zeit da gibt es auch stolpersteine da muss man sich gedanken machen wie man jetzt beispielsweise schwere gefasen übersteht und alles andere also wenn sie als arbeitnehmer mal zu spät auf arbeit kommen dann arbeiten sie die stunde halt einfach länger das ist ziemlich einfach aber wenn jetzt beispielsweise der unternehmen der unternehmer probleme bekommen kann zum beispiel haben wir jetzt gesehen das thema datenschutz spielt ja immer mehr rollen das ein oder andere unternehmen hat damit schon ein paar probleme bekommen um das ordentlich sauber zu lösen und da kann man jetzt nicht sagen ich arbeite jetzt hier zwei stunden und dann ist alles wieder gut sondern da muss eine website umgestaltet werden und so weiter und so fort das heißt man muss dort in problemlösung denken und so ist es mit trading auch es gibt da immer wieder herausforderungen und genau diese herausforderungen die müssen wir als trader angehen und damit auch umgehen das ist der zweite punkt der dritte punkt weshalb gerade die beginner hier am trading probleme haben langfristig nachhaltig geld zu verdienen ist unter anderem auch der fehlende rückhalt erlebe ich auch immer immer wieder ich persönlich bin in der wirklich sehr sehr komfortablen situation dass meine familie und meine freunde in diesem bezug auch wirklich hinter mir stehen ja nur in vielen familien das weiß ich auch aus eigener erfahrung ist das ganz ganz anders ja da ist das thema was böse alles verbrecher kannst du kein geld verdienen grausam furchtbar das ist käse ja man kann an der börse gutes geld verdienen und wenn mich jemand fragt was ich beruflich mache ich sage da ganz oft ganz lapidar ich bin im an und verkauf tätig punkt weil wenn ich den leuten sage ich bin im börsenhandel tätig da bin ich unten durch fertig gucke mich nicht mehr an verbrecher mit dem will ich nichts zu tun haben und das ist genau der punkt wenn ihre familie so denkt dann kann es relativ schwierig sein hier mental stabil zu arbeiten weil gerade am anfang ist es so sie machen halt fehler im börsenhandel und im börsenhandel ist es nicht so wie im job wenn sie einen fehler machen dass sie halt ihre arbeit noch mal neu machen und das wieder gut machen sondern wenn sie an der börse einen fehler machen kostet der meistens geld ja und wenn sie dann noch stress mit der familie haben weil sie geld verloren haben diesen monat das sauer erarbeitete das ist dann der fehlende rückhalt und wenn da die familie nicht dahinter steht dann wird es halt wieder noch ein bisschen komplizierter ist alles lösbar nur das ist halt etwas was viele leute vom erfolg wirklich abhält und als letzter punkt hier ist wirklich die falsche motivation am anfang ja da wird am anfang die frage gestellt was kann ich denn verdienen und man vergleicht sich gleich mit den top tradern also jemand der schon 20 25 jahre am börsenhandel teilnimmt wirklich nachhaltig sattelfest arbeitet gutes geld an den börsen verdient mit dem wird sich häufig verglichen der verdient 500.000 euro im jahr das kann ich auch bille balle ja mit solchen leuten vergleicht man sich gerade als anfänger gerne höre ich immer wieder habe ich früher auch gemacht ja die chancen sind ja da nur vergess das macht überhaupt keinen sinn das ist die völlig falsche frage ja die frage was kann man verdienen ist an dieser stelle in diesem stadion die falscheste frage überhaupt die sich stellen können ja viel wichtiger ist es doch zu wissen wo sie hin wollen und wie sie dahin kommen das ist doch viel viel besser als zu wissen was man verdienen kann es nützt ihnen nichts wenn ihnen jemand sagt ich verdiene im jahr eine million an der börse deswegen verdienen sie keine millionen und vielleicht schaffen sie sogar zwei zu verdienen oder sie verlieren geld keine ahnung aber die frage muss wirklich sein wenn sie an der börse geld verdienen wollen wie können sie es denn anstellen um geld zu verdienen ja das ist die gleiche frage wie in ihrem job sie wollen ihren job weil sie da geld kriegen und die erste frage die sie sich jeden morgen stellen wie komme ich denn auf arbeit ich meine die meisten stellen sich die frage jetzt nicht mehr weil alles flüssig läuft ja aber wenn plötzlich die transportmittel weg sind dann stehen sie zu hause vor der tür und sagen mist ich muss auf arbeit wie komme ich denn jetzt auf arbeit ja da stellen sie sich nicht die frage was kann ich denn jetzt in meinem job verdienen die frage ist in dem moment absolut unwichtig sie stellen sich die frage wie komme ich jetzt auf arbeit und im börsenhandel ist es genau dasselbe sie wissen genau dass sie geld verdienen können sie wissen nur noch nicht wie sie es anstellen sollen und deswegen sollten sie sich am anfang mit der frage beschäftigen wie können sie denn geld verdienen denn geld verdienen das können wir das belegen ja die zahlen ein weiterer punkt der gerade im trading sehr sehr wichtig ist ist folgendes es gibt im trading sage ich mal grob das trading und das investieren ja diese beiden hauptrichtungen im trading ist es so das ist ein das ist so der aktive stil das ist auch genau das wo das daytrading rein zählt man möchte aktiv an den märkten arbeiten ziel des trading ist es kursgewinne zu erwirtschaften da brauchen wir auch top broker hier wie tickmel im fx trading oder auch im index trading das das gehört dazu und da kann man richtig schöne kursgewinne machen im trading muss man aber auch wissen es gibt eine zeitbegrenzung ja also es ist tatsächlich so man hat immer einen gewissen rahmen in dem der trade aufgehen sollte und das ist hier definitiv die zeitliche begrenzung im daytrading haben wir halt den aktuellen handelstag weiter ist im trading extrem wichtig man muss emotional stark und sehr 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 diszipliniert auch arbeiten und ein weiterer punkt das profit oder der profit und das risiko liegt im trading aktiv im geld hier wird wichtig da kommen die emotionen rein thema rumrutsch faktor da wird der ein oder andere schon mal ein bisschen nervös also das ist einfach so wenn wir nervös werden dann klappt es im trading nicht das ist dann käse wenn emotionen eintreten dann läuft das trading nicht es sei denn es läuft gegen sie durch die emotionen aber das ist käse das muss gelöst werden da gibt es andere strategien dafür das ist ein trading das sind die punkte die herankommen beim investieren das ist eher passiv ja das heißt leute zahlen geld irgendwo ein kaufen sich ein euro kaufen sich ein dax lassen einfach liegen punkt kommen schönes geld verdienen ist aber ein komplett anderer stil kursgewinne und zum teil auch zinsen oder dividenden spielen beim investieren auch eine große rolle und hier ist es so wo wir noch im trading die zeitbegrenzung hatten ist hier derzeit unser vor die zeit unser freund und profit und risiko liegen im markt hier spielt das thema rumrutsch faktor einen untergeordneten stellenwert ja also das ist ein großer unterschied zum aktiven traden an dieser stelle muss das mal gesagt werden und auch noch eins ganz wichtig hier oben im kopf man hört im trading immer von gewinnen es steht ja hier auch kursgewinne und normalerweise heißt das profit loss wird ins deutsche ja mit gewinn und verlust übersetzt leute wo gewinnt man denn ja wenn man mit geld arbeitet im casino oder beim lotto von mir aus gewinnen kann man dort im trading das sind keine gewinne also wenn sie gewinnen ist es glück gewesen wenn sie lang genug an der börse dabei sind werden sie sehen das profit steht nicht für einen gewinn sondern das ist ihr ertrag den sie erwirtschaften es hat nichts mit gewinnen zu tun sondern es ist ein profit das ist ein ein sage ich mal eine bezahlung für die arbeit die sie leisten das hat nichts mit gewinn zu tun sondern wirklich das ist der ertrag den sie im börsenhandel machen das heißt sie haben verluste auf der einen seite die können sie erzielen und auf der anderen seite steht wirklich die harte arbeit und diese harte arbeit wird bezahlt und das ist der lohn der ertrag den sie für ihre arbeit bekommen mit gewinnen hat das nicht wirklich was zu tun weil gewinnen kommt aus dem glücksspiel das heißt wenn wir uns jetzt noch mal hier auf trading und investieren kommen können konzentrieren wir sprechen ja über das trading ja wir wollen im day trading aktiv sein viele wollen es machen das heißt die frage die wir uns hier stellen müssen der unterschied zwischen diesen beiden dingen passt der eigene da entschuldigt passt der eigene tagesablauf denn überhaupt zum day trading ja weil die meisten menschen haben einen job haben familie haben freunde hobbys und verpflichtungen und da muss man einfach wissen wenn ich im day trading aktiv sein möchte sollte der gesamte tagesablauf auch zum day trading passen da muss ein hoher fokus drauf ansonsten funktioniert das nicht ja oder glauben sie wenn die händler in deutschland in feierabend gehen haben sie eine riesengroße chance als day trader noch gute gewinne zu machen ja wenn es geld vom markt weg ist wird es eher schwierig kann klappen aber es gibt bessere zeiten das heißt hier beim thema faktor zeit die zeiteinteilung zwischen beruf und trading ist sehr sehr wichtig und das ist eine sehr sehr wichtige frage die sie sich als angehende day traderin oder angehender day trader immer stellen müssen sie haben in unserem beispiel job dem gehen sie ganz normal nach vollzeitbeschäftigung von 8 bis 17 uhr beispielsweise klassischer büro job trading wann können sie es machen wenn sie auf arbeit voll zu tun haben vor acht nach 18 uhr da können sie traden und jetzt kommt die wichtige frage wie sieht es denn mit den handelszeiten aus wenn wir beispielsweise forex oder index trading machen wollen hier habe ich meine übersicht wann das geld am markt ist also grob gesagt kann man mal sagen wir haben den asiatischen markt haben den europäischen markt und wir haben den 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 amerikanischen also den us mark so hier sehen wir mal die überschneidung wir sind ja hier bei uns in europa in deutschland wir kennen unsere handelszeiten die haupt handelszeiten an den deutschen börsen sind von 9 bis 17 uhr 30 der vorbörsliche handel beginnt um 8 uhr der nachbörsliche handel bis 22 uhr so jetzt gehen sie mal davon aus das geld an der börse was die märkte bewegt das kommt von professionellen händlern und was ist ein professioneller händler der irgendwo bei einer bank angestellt ist das ist eine person die arbeitszeiten hat und diese person kommt irgendwann früh auf arbeit macht irgendwann mittag geht irgendwann nach hause das heißt die zeiten wo das geld rein und raus fließt aus den märkten die sind ja wirklich da das sieht man ja das heißt hier den asiatischen handel den kriegen wir hier in europa schon gar nicht mehr mit weil das ist dann wirklich späte zeit moin fernando späte zeit hier in diesem bereich da kommt nicht mehr wirklich viel das heißt wenn wir in den handel reinkommen geht der asiatische handel komplett weg aber hier kommt deutschland rein hier kommt london rein da kommt ordentlich geld in die märkte dann gibt es irgendwann die mittagszeit was macht denn ein händler zur mittagszeit der geht essen ja der ist nicht so verrückt wie manche private trader dass ich sagt so jetzt habe ich mittags pause jetzt möchte ich mal ein bisschen traden da geht das volumen aus dem markt die machen einfach pause die sind da nicht da die lassen den markt markt sein also hier mittagszeit geht geld raus und dann irgendwann ist feierabend der händler der macht nach feierabend nichts mehr der macht seine positionen zu geht vom pc weg fertig das war's was passiert liquidität geht vom markt raus und das je später der tag wird je kleiner wird die liquidität das sind die wichtigsten handelszeiten und die besten zeiten für das trading hier fx im day trading ist vormittags von 8 bis 11 und dann von 14 bis 18 uhr weshalb da ist einfach die höchste liquidität am markt und in dieser liquidität können wir uns schön tummeln da funktionieren die trends am besten das sind die zeiten wo wirklich sehr sehr gut an den märkten agiert werden kann faktor zeit hier weniger zeit höherer druck das heißt wir sehen es an dieser uhr die wir hier drinnen haben die sanduhr die läuft einfach durch und wenn im oberen teil nichts mehr um ist ist da muss die position weg sein das heißt die positionseröffnung wird zum handelsstart durchgeführt die position schließung zum handelsende und je weniger zeit sie noch zum traden haben je höher ist der druck dass ihre position in der kurzen zeit noch einen profit machen muss das heißt das erhöht den druck wenn sie an den falschen zeiten oder zu den falschen zeiten an den märkten arbeiten und die zeit bestimmt die markt liquidität das hatten wir ja gesagt je später der abend umso geringer die liquidität faktor zeit das muss zum day trading passen sonst haben sie keine chance risiko und money management ich hatte es vorhin gesagt der größte unterschied zwischen dem kurzfristigen trading im day trading und dem längerfristigen trading dem investieren beispielsweise liegt darin dass man im kurzfristigen trading sein risiko im geld hat und nicht im markt jetzt gehen wir mal kurz auf die beiden begrifflichkeiten ein weil die sind sehr sehr wichtig was heißt denn geld risiko und marktrisiko das marktrisiko bedeutet das heißt wenn ich sage jemand hat sein risiko im markt liegen im markt ein im markt liegendes risiko heißt also wir traden über die zeit im markt heißt ich gehe mal kurz hier in den chart rein wenn wir beispielsweise hier das öl traden wollen und das nicht klassisch als intraday trader sondern über die zeit die wir hier im markt haben um wirklich über die zeit über die zeitaktion unten viel viel geld zu verdienen dann ist es so dann legen wir unser geld wenn wir reingehen in den markt beispielsweise wenn wir hier an so einer stelle hier wie hier in den markt rein gehen wollen aus der korrektur heraus da legen wir unseren stopp hier unten drunter ja hier oben wird der trade anlaufen und schön trendig nach oben mit laufen und unser risiko wird jetzt hier unten begrenzt und damit haben wir genug zeit den markt hoch zu traden weil wir wissen ja was kommen kann aus der historie wenn wir hier aus so einer stelle raus laufen wir können uns schön weit nach oben weiterentwickeln das sind die chancen die wir haben und deswegen ist der stopp am anfang auch ein bisschen weiter weg das heißt wir legen unseren stopp jetzt in den markt weit weg von unserem entry und damit geben wir dem markt genügend raum um über die zeit und über die große wegstrecke nach oben hin geld zu verdienen das heißt hier an dieser stelle wir haben eine niedrigere positionsgröße und der einflussfaktor ist wirklich die zeit die zeit kann unser freund sein wenn alles schön in den in den trends läuft aber der lange halte zeitraum kann auch risiken bürgen das heißt wir haben hier einfach je länger der trade im markt bleibt ein ansteigendes risiko unkalkulierbarer events und wir haben auch immer noch gap risiken das hat man natürlich im daytrading nicht da wird ja keine position über der nacht gehalten wenn wir vom risiko im geld sprechen dann spielt der langfristige chartverlauf keine rolle mehr das heißt das geldrisiko bedeutet man hat eine position die wir beispielsweise hier ich zeige es noch mal im chart wenn wir hier nehmen wir mal an wir gehen jetzt hier mal in den beispielsweise fünf minuten chart hinein das ist hier wieder das wti und wenn wir jetzt zum beispiel sagen würden ja rein theoretisch ich möchte aus der korrektur heraus handeln und sage mir okay hier hat mit den aufschub hier hat mit den rückgang und jetzt rein theoretisch wir wollen jetzt hier in den markt rein und wir wollen mal schauen was der markt bis hier oben hin macht das heißt unsere ziel mit oder gewinn mitnahme die legen wir einfach mal hier oben auf diesen punkt rauf und unsere absicherung die legen wir natürlich nicht im tageschart sondern die legen wir dann relativ eng was legt man dann dann sucht man sich bereiche raus wo der markt möglicherweise schon mal angetestet hat und wieder hoch gekommen ist sowas wie wir hier hatten da ist heran gelaufen hoch gelaufen hier ist heran gelaufen gleich wieder hoch gelaufen also möglicherweise nutzt man sowas hier mit als stopp level so das ist das eine und jetzt hat man halt wirklich hier einen kurzen zeitraum zum traden das heißt man hat jetzt hier diesen kurzen punkt bis hier es ist auch viel viel weniger wegstrecke als wir vorhin im tageschart gesagt haben wir gehen hier an dieser stelle wo war es gewesen weiß ich jetzt hier glaube ich hier sind wir long gegangen und wollten halt jetzt von 54 hier oben richtung 57 beispielsweise traden das sind ja viele viele dollar drinnen wenn wir uns aber den fünf minuten chart anschauen dann reden wir nicht über viele 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 dollar sondern hier nur über so ein kleines stück der wegstrecke das heißt wenn wir die gleiche summe an ertrag am ende haben wollen setzen wir auch viel mehr geld ein und das viel mehr geld was wir ansetzen bedingt halt dass wir uns enger absichern müssen damit wir unser risiko nicht überschreiten und das ist der unterschied risiko im markt und risiko im geld wenn sie das risiko im geld haben sind sie eng abgesichert handeln eine viel viel größere summe um den gleichen ertrag zu erwirtschaften legen sie das risiko in den markt ist der stopp weiter weg der einsatz ist viel geringer aber das geld von der strecke her was wir verdienen können in einzel euros oder einzeldollos ist viel viel mehr am ende kann es das gleiche ergebnis sein nur der unterschied ist halt einfach der auch von der emotionalen seite her dass das eine im daytrading halt auch dazu passen muss dass man hier mental stark genug ist solche großen positionen zu bewegen um das in der kürze der zeit auch zu erledigen und dann auch stabil dabei bleiben muss wenn wir wirklich sagen jetzt haben wir eine große summe das ist mein ziel das ist mein risiko die summe stört mich nicht da muss die ruhe rein also das hier der blick risiko in geld stopp ist nah am kurs verglichen mit dem im markt risiko die positionsgröße ist hoch es gibt eine kurze haltedauer verglichen zu jemanden der investiert im daytrading ist ja spätestens zu handelsende schluss und dann es gibt im geldrisiko im daytrading halt kein gaprisiko also hier die kurze haltedauer hat natürlich auch vorteile das gaprisiko ist weg weil man geht ja intraday rein und intraday wieder raus und man hat hier die gefahr von unkalkulierbaren events die ist geringer warum wir können uns natürlich gut vorbereiten auf die events die im laufe des tages kommen dass sie wissen wir aus den nachrichten nur das risiko solche unkalkulierbaren events das nimmt natürlich über die zeit zu wenn man dann über tage und so weiter und so fort geht wird das hier viel viel größer und das sind auch die vorteile für die daytrader heißt an dieser stelle gewisse sachen sind im vergleich zu einem investor oder einem swing trader deutlich entspannter gerade für diejenigen die sage ich mal menschen sind wo man sich sagt ok wenn ich viel mache fühle ich mich einfach wohl im daytrading hat man eine relativ hohe handelstätigkeit auch wenn man nur dann tradet wenn signale da sind aber verglichen mit einem swing trader oder einem investor ist das natürlich deutlich geringer das heißt als daytrader hat man wirklich das gefühl man tut etwas man bekommt sehr schnelle resultate ob die nur gut oder schlecht sind das spielt erstmal keine rolle aber man kommt relativ schnell zu einem ergebnis das ist auch gut für leute die ungeduldig sind auf ein resultat zu warten das geht relativ schnell ein weiterer großer vorteil ist es für das daytrading wir können auf kurzfristige nachrichten relativ schnell reagieren was jemand der im tageschart handelt als nebenberuflicher trader natürlich nicht so gut kann wir haben kein nachtrisiko wir haben keine finanzierungskosten weil das was ich habe habe ich ja nur intraday ich brauche keine overnight kosten und sowas zu bezahlen ist günstig und die schnellen erfolge die geben sicherheit und das ist wichtig damit wir als mensch bestätigung dafür bekommen dass das was wir tun das richtige ist neben den vorteilen gibt es dann auch die nachteile das heißt ob es die nachteile an dieser stelle im daytrading die liegen einfach darin begründet wie soll ich sagen dass wir wenn wir traden und als trader sage ich mal in eine emotionale schieflage kommen ja dann kann es halt passieren dass man sich als trader sagt der markt ist gegen mich das kann ich sein ich bin besser als der markt ich habe recht ich mache jetzt den nächsten trade und will damit die verluste ausgleichen das ist das thema overtrading das ist so eine negative emotions spirale das ist ein sehr sehr großer nachteil für den daytrader und der weitere nachteil ist halt auch einfach der wenn wir mal wirklich in einen schönen trend haben der über viele viele stunden oder auch über einige tage läuft dann müssen wir uns natürlich immer wieder neuen entry suchen das heißt wir werden durch die durch das tagesende auch immer ein bisschen begrenzt was die die chance auf einen weiteren fortlauf einer bewegung in eine oder andere richtung hat das sind so ein paar kleinen nachteile die der daytrader auch hat und das ganze muss hier am ende auch immer mit passen das heißt hier wenn wir in das daytrading rein gehen wollen ja dann ist es wichtig die richtige frage für den erfolg zu stellen und ich hatte es vorhin in meinen ersten worten gesagt die frage die ich sehr sehr häufig gestellt bekomme ist wie viel kann ich denn verdienen und ich hatte es ja schon gesagt das ist ein sehr sehr schlechter ansatz für den start weil der fokus wird hier nur aufs geld gelegt ja nur als traderinnen und trader werden sie nicht mit dem geld geld verdienen sondern sie werden geld verdienen indem sie die richtigen dinge tun um erfolgreich zu sein das heißt die frage die man hier stellen sollte ist erstens wie viel will ich verdienen das ist ein wichtiger faktor weil es ist keine gute idee als beginner zu sagen ich kündige jetzt meinen job und werde daytrader es ist immer gut wenn sie einen plan b haben das heißt wenn sie gerade am anfang noch ein sicheres einkommen haben und sie sich im trading stück für stück einarbeiten können weil wie ich vorhin gesagt habe es braucht einfach zeit es braucht viel viel praxis um die märkte auch kennen zu lernen und deswegen erstens wie viel will ich verdienen und zweitens wie stelle ich das an das sind zwei wichtige fragen die den fokus auf das richtige lenken nämlich auf die art und weise wie sie es schaffen können das geld zu verdienen und das ist der faktor der sehr sehr wichtig ist den jeder beim autofahren macht ja wenn sie heute in urlaub fahren wollen dann überlegen sie wenn sie das erste mal die strecke fahren oder wenn sie das erste mal zu dem ziel fahren da setzen sie sich nicht einfach ins auto und fahren los in der hoffnung dass sie irgendwo ankommen sondern da machen sie sich schon gedanken wie kommen sie denn am besten dorthin und bitte genauso auch im trading wie viel will ich verdienen das ist ihr ziel wie beim autofahren sie kennen das ziel und dann müssen sie sich die frage stellen wie sie ans ziel kommen also im trading wie stellen sie das denn an weil nur kaufen und verkaufen bringt sie nicht ans ziel und damit beginne ich heute oder beende ich das heutige webinar an dieser stelle wir machen noch einen zweiten teil fortsetzung folgt sozusagen und zwar unter dem faktor sie haben keine chance zu gewinnen denn sie wissen nicht was sie tun der steinige weg zum erfolg wir gehen hier den nächsten schritt das heißt wir schauen hier einfach mal warum hat denn der blutige anfänger keine chance zu gewinnen er weiß nicht was er tut er weiß nicht was kommt auf was sie sich einstellen muss aber wir wissen als erfahrene trader diejenigen die diese wege schon gegangen sind dass es möglichkeiten gibt drum verdienen wir an der börse geld und da schauen wir beim nächsten mal rein an dieser stelle ganz ganz herzlichen dank für ihre zeit hier und heute im webinar allen gute trades bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss